Mit unseren Produkten sind wir immer größer geworden, doch es war uns nie groß genug, darum haben wir das iPhone 7 Plus Plus entwickelt. Hä? Ist ja viel zu groß. Das iPhone 7 Plus Plus ist mit Abstand nicht das beste iPhone, das wir jemals entwickelt haben, aber es ist auch nicht nur nicht das beste iPhone.